Wir kommen zur Perikardleitbahn. Die Perikardleitbahn beginnt am Mittelfinger und hier am radialen Nagelfalzwinkel. Zieht über die Handfläche, über das Handgelenk zwischen den zwei Sehnen, in der Mitte des Unterarmes Richtung Ellbeuge. Wir fangen an mit Perikard neun, zentraler Ansturm. Der hat im Grunde zwei Positionen, wo man ihn lokalisieren kann. Einmal am radialen Nagelfalzwinkel, am radialen. Dazu ziehen wir eine Linie an der seitlichen Grenze des Nagels und an der proximalen Grenze des Nagels und wo beides sich treffen. Da haben wir den Punkt. Auch hier ist der Aufkleber deutlich größer als der Punkt in Wirklichkeit. Das ist die eine Lokalisation. Die andere Lokalisation ist auf der Mitte der Fingerkuppe. Das hier ist die Fingerkuppe und da nehmen wir die Hälfte der Strecke zwischen meinen Fingern, so etwa hier. Das wird auch so genadelt. Auch hier ist der Kleber eigentlich wesentlich größer als der Punkt. Dann kommen wir zur Laugung. Der Palast der Ausgelaugten. Der liegt zwischen dem zweiten und dritten Mittelhandknochen. Auch hier tasten wir die Knochen wieder. Wir dürfen ruhig auch ein bisschen zupacken, um uns zu orientieren. Und auch hier falten wir den Mittelfinger immer im 90-Grad-Winkel und kommen hier an zwischen dem zweiten und dritten Metakaberknochen. Wichtig, den Finger schön falten, nicht irgendwie zu kurz oder zu lang. Kommen wir hier an. Dann kommen wir zum Darling, dem großen Hügel. Der liegt jetzt wieder im Handkreis. Der liegt jetzt wieder im Gelenk. Und zwar zwischen den Sehnen des Musculus Palmaris Longus und des Musculus Flexor Carpi Radialis, etwa auf der Höhe von Chen Meinherz 7. Wir orientieren uns erstmal. Hier merke ich, hier ist das Gelenk. Gelenk findet man am besten immer, indem man das bewegt und so den Hohlraum spüren kann. Und wenn ich die beiden Sehnen nicht so schön sehe, wie bei unserem Modell hier, dann bitte ich den Patienten einmal zu flexen gegen meinen Widerdruck. Jetzt treten die beiden Sehnen hier noch schöner in Erscheinung. Und wenn ich so eine Stelle habe wie hier, wo die ein bisschen unklar sind, aber hier sehr klar, dann lege ich hier einfach meinen Finger drauf. Jetzt merke ich schon, wie die optisch auch hier ein bisschen in Erscheinung treten. Zack, danke, locker lassen. Rutsche bis zwischen den beiden Zähnen zu der richtigen Entfernung. Die anderen Punkte auf dieser Linie liegen jetzt wieder hier im freien Gelände. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Punkt, um unsere 12 Zun abzumessen und gehen direkt zu Pericard 3, dem Tüte, dem Sumpf an der Biegung. Und dazu orientiere ich mich erstmal, wo ist die Ellbeuge. Ich sehe also hier deutlich die Falte. Und als zweite Orientierung brauche ich den Bizepsmuskel. Den kann ich hier schön packen. Dann geht er langsam in die Sehne über. Und hier Ulna von der Sehne in der Ellbeuge liegt der Punkt. Mein Sumpf an der Biegung. Pericard 3. So, jetzt kann ich ganz wunderbar meine 12 Zun abmessen. Hier habe ich 0 Zun, hier habe ich 12 Zun. Und als nächstes suche ich mir den Pericard 6. Den Neguan, das ist das innere Tor oder das Tor nach innen, der liegt 2 Zun proximal von Pericard 7. Jetzt habe ich hier 0 Zun, 12 Zun. Das heißt, es halbiere erstmal. Ja, da ist mich selber ein kleines bisschen beschummelt. So. 0 Zun, 6 Zun. Dann habe ich hier 0 Zun, 12 Zun, 14 Zun, 16 Zun. Und ich überprüfe jetzt nochmal den Abstand zwischen meinen Fingern. Ja, das können wir so hinnehmen. Und auch der Pericard 6, wie der Pericard 7, liegt zwischen den beiden Zähnen. Und hier sehen wir jetzt ein ganz kleines Gefäß noch kreuzen. Das ist ganz häufig an der Stelle so. Darunter sehen wir Gefäße verlaufen. Und da ist wichtig, dass wir mit der Nadel natürlich nicht ins Gefäß treffen. Das heißt, wir bleiben zwischen unseren beiden Zähnen. Aber wir gehen mit der Nadel. Hier in diesem Fall würden wir ein bisschen mehr in Radial gehen. Also nicht direkt zwischen den Zähnen, sondern mehr am radialen Rand, sozusagen. Wir vermeiden das Gefäß. Von Pericard 6 gehen wir zu Pericard 5. Das ist der Tian Shi, der Vermittler, Metallpunkt. Und der liegt 3 Zun proximal. Das haben wir im Grunde schon ausgemessen. Ich halbiere wieder. Ich habe jetzt 0 Zun, 6 Zun und muss im Grunde nur diese Strecke halbieren. Dann habe ich meine 3 Zun und komme bei meinem Pericard 5 an. Und rein optisch kann ich mich jetzt überprüfen. Ich weiß ja, diese Strecke sind 2 Zun. Da muss diese Strecke zweimal in diese Strecke reinpassen. Dann geht es weiter zu Pericard 4. Das ist der Shimen. Der liegt 5 Zun proximal vom Handgelenk. Jetzt gehe ich wieder auf meine 12 Zun, 6 Zun. Jetzt habe ich hier 0 Zun, 2 Zun, 3 Zun, 4 Zun, 6 Zun. Das heißt, meine 5 Zun proximal liegen hier dazwischen. Schätze ich per Augenmaß ab. Lege meinen Finger auf. Das heißt, der Punkt liegt jetzt, dieses Teil von meinem Finger. Und jetzt wichtig, nochmal nachprüfen, ob wir tatsächlich noch zwischen diesen beiden Sehnen sind. Hier sieht man die optisch nicht mehr so gut. Das ist bei vielen Patienten so. Gar kein Problem. Da, wo ich weiß, wo sie laufen, drücke ich einfach ein bisschen mit dem Finger rein und rutsche dann entlang. Und ich merke jetzt seitlich diese harte Begrenzung. Das sind meine Sehnen. Und hier habe ich den Punkt. So. Und auch hier machen wir jetzt nochmal eine optische Kontrolle. Wenn das 2 Zun sind und das 3 Zun, dann kann ich auch eigentlich, und das 5 Zun, dann kann ich doch diese Strecke nehmen, die 2 Zun, an meine 3 Zun anhängen und lande auf 5 Zun. Ganz easy. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020